Burnley Trainer Vincent Kompany steht beim FC Bayern auf der Liste. Artikel. Der belgische Trainer Vincent Kompany, ehemaliger Kapitän von Manchester City, hat in seiner relativ kurzen Trainerkarriere bereits für viel Aufsehen gesorgt. Nach einem erfolgreichen Zeitraum als Spieler kehrte er zu seinem Jugendverein RSC Anderlecht zurück, diesmal jedoch als Trainer. Doch seine Reise führte ihn bald zu Burnley, einem Verein, der für seine Toughness und Kampfcharakter bekannt ist. Bei Burnley hat Kompany trotz dessen limitierten Ressourcen einen bemerkenswerten Job gemacht, was ihn zu einem begehrten Kandidaten für größere Vereine gemacht hat. Einer dieser Vereine ist der FC Bayern München, der sich laut Quellen intensiv mit der Möglichkeit auseinandersetzt, Kompany als Nachfolger von Julian Nagelsmann zu verpflichten. Die taktische Meisterleistung von Vincent Kompany. Der Durchbruch von Kompany als Trainer lässt sich nicht nur durch seine Vergangenheit als beeindruckender und leidenschaftlicher Spieler erklären. Seine Taktiken und Strategien bei Burnley zeigen, dass er auch ein tiefgründiges Verständnis vom modernen Fußball besitzt. Während seiner aktiven Zeit bei Manchester City erhielt Kompany Unterricht von einigen der besten Trainer der Welt wie Roberto Mancini und Pep Guardiola. Und dies spiegelt sich jetzt in seiner Arbeit wieder. Unter Kompany hat Burnley einen Spielstil entwickelt, der auf einem hochintensiven Pressing-Ansatz und einer soliden Abwehr basiert. Er hat es geschafft, die manche einem der schwierigsten Gegner in der Championship zu formen. Die Mannschaft agiert als geschlossenes Kollektiv, wobei jeder Spieler klar definierte Aufgaben hat. Dies sorgte dafür, dass Burnley es nicht nur schaffte, den Klassenerhalt in der Championship zu sichern, sondern auch einen beachtlichen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen. Die Trainerposition bei Bayern München. Bayern München hat im Laufe der Jahre stets hohe Ansprüche an seine Trainer gestellt. Während die vergangenen Jahre unter der Leitung von Hans-Dieter Flick und zuletzt Julian Nagelsmann von Erfolg geprägt waren, sucht der Verein immer nach Wegen, sich zu verbessern. Die Verpflichtung eines neuen Trainers ist eine strategische Entscheidung von großer Bedeutung und die Bayern-Bosse sind bekannt dafür, nichts dem Zufall zu überlassen. Laut der deutschen Boulevardzeitung Bild ist Vincent Kompany, einer der Namen, die in den internen Diskussionen im Vorstand des FC Bayern immer wieder auftauchen. Andere Quellen wie Kicker bestätigen dieses Gerücht und betonen, dass der Verein auf der Suche nach einem Trainer ist, der frischen Wind und neue Ideen einbringen kann. Vincent Kompany's Führungsqualitäten. Kompany's herausragende Führungsqualitäten sind einer der Hauptgründe, warum er als potenzieller Trainer für Bayern München in Betracht gezogen wird. Bereits als Kapitän von Manchester City bewies er außergewöhnliche Fähigkeiten, seine Mannschaft zu motivieren und durch schwierige Situationen zu führen. Diese Erfahrungen hat er zweifellos in seine neue Rolle als Trainer eingebracht. Seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern, ist ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Arbeit. Während seiner Zeit bei Anderlecht und Burnley hat Kompany gezeigt, dass er ein Auge für junge, talentierte Spieler hat und weiß, wie er diese am besten in die Mannschaft integrieren kann. Dies könnte besonders attraktiv für Bayern sein, die stets darauf bedacht sind, ihre Jugendarbeit zu fördern und junge Spieler in den Profikader einzubauen. Die Herausforderungen einer möglichen Verpflichtung. Obwohl Kompany viele positive Eigenschaften mitbringt, gäbe es auch einige Herausforderungen, die eine mögliche Verpflichtung mit sich bringen würde. Zum einen hat er bisher nur in der zweitklassigen englischen Liga und in der belgischen Pro League trainiert, was einen erheblichen Unterschied zur Leistungsdichte der Bundesliga und insbesondere zur Champions League darstellt. Es wäre ein gewaltiger Schritt, vom Trainer eines Championship Vereins zum Cheftrainer eines der größten Vereine der Welt zu werden. Darüber hinaus ist der Druck bei Bayern München enorm. Das Erreichen von nationalen und internationalen Erfolgen ist das absolute Minimum und die Medienlandschaft in Deutschland ist bekanntlich gnadenlos, wenn es nicht nach Plan läuft. Die Anpassungsfähigkeit von Kompany an das Umfeld und die Kultur eines Top-Vereins wie Bayern wird entscheidend sein. Die Perspektive der Bayern-Spieler. Interne Quellen aus der Bayern-Kabine deuten darauf hin, dass die Spieler ihren neuen Trainer gut aufnehmen, solange dieser ein klares Konzept und eine gewinnende Mentalität mitbringt. Der Respekt, den Kompany als ehemaliger Topspieler genießt, könnte hierbei ein Pluspunkt sein. Seine enge Beziehung zu Pep Guardiola, der nach wie vor hohes Ansehen unter den Bayern-Spielern genießt, könnte ebenfalls als Brücke dienen, um Vertrauen zu gewinnen. Vincent Kompany's Philosophie und Bayern München Kompany's Ansatz basiert stark auf Teamgeist und harter Arbeit. Bayern München hat eine ähnliche Philosophie, aber auf einem deutlich höheren Niveau. Daher könnte es spannend sein zu sehen, wie Kompany diese beiden Welten zusammenbringen würde. Auch wenn er mit Burnley nicht dasselbe Qualitätsniveau an Spielern zur Verfügung hatte, wie es bei Bayern der Fall wäre, so ist doch sicher, dass er ein klares Konzept und Strategien hat, die er adaptieren und weiterentwickeln kann. Schlussbetrachtung Die Vorstellung, Vincent Kompany als Trainer von Bayern München zu sehen, ist zweifelsohne aufregend. Er hat das Potenzial, die Mannschaft mit frischen Ideen und einer neuen taktischen Ausrichtung zu bereichern. Allerdings gibt es auch nachvollziehbare Bedenken bezüglich seiner mangelnden Erfahrung auf höchstem Niveau. Wie auch immer die Entscheidung letztlich ausfallen mag, es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Trainerfrage beim FC Bayern entwickeln wird. Für aktuelle Informationen und weitere Entwicklungen zu diesem Thema bleiben die Fußballwelt und die Fans des FC Bayern gespannt. Autor, Dienstag und 20. Mai, 24.